Das Problem hierbei ist halt letzten Endes, erstes Mal ist es dafür, dass es ein Roguelike ist, halt immer sehr langsam. Und zum anderen, die Zeit vergeht ja, wenn wir außerhalb eines Dungeons sind. Ja, aber wir können es ja zurücksetzen. Ja, aber ich habe auch nicht ganz so festgestellt, wie und wann man das so... Lass mich mitspielen! Kuku halten, schnauzen! Hallo, was geht denn? Ich kann halt nicht mal rollen, wenn ich das Schwert nicht habe. Achso, wir haben ja nicht mehr die Tröte. Wir haben jetzt gar nichts mehr, weil wir tot waren. Halt den Mond! Kann halt auch nicht schneller laufen. Ich weiß nicht, was man mit dem dann machen kann. Später. Aber zumindest scheinen diese Dinger da noch aktiviert zu sein. Franz! Ich dachte, ich bin der... Du bist der Schwarzwald. Graukopf. Nein, du bist... du bist der... du bist der Blonde. Wo heb ich was auf? Ich glaube, dir steckt da was anderes gerade. Ich bin ein Ninja-No! Ich bin Wrestler! Ich war ja sonst immer hier Wonder-Girl oder Wonder-Woman. Jetzt bin ich ein Wrestler, wie gut! Halt deine Schnauze! Das ist halt für ein Roguelike richtig lästig, finde ich, dass man das immer wieder neu machen muss. Wir müssen jetzt glaube ich auch... Mach das weg! Ich hab ein Rubin! Meins. Wir müssen jetzt zur Stadt. Am besten nach links, weil da war ein Kreis. Ja! Ui, ist das? Ein hässlicher... Ah! Höhöööööööö!! Wir haben alles, wir müssen einfach nur von vorne anfangen, quasi. Oh, Halt, 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 Halt! Oh, das sieht aus wie... Wie Reizer! Aber hier... Vielleicht hier auf Teleport, aber das ist ja sehr weit. Aber kann man machen, ja? Okay, das geht ja! Wow, zu zweit sind wir stärker! Da, da, da lang, da lang. Ich lass mich schieben, ich mag das! Tut jetzt halt durch, und jetzt packen wir das auf den Teleport, weil wir jetzt nicht gespannt sind, passiert wie ich set. Dieser... Was denn? Na da drauf! Es geht ja nicht! Was denn? Ich lass mich von dir hier nicht treuen! Okay, jetzt ist das los! So! Und jetzt? Ja, ist kaputt und du! Nee, 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 nee! Was denn? Nee, 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 nee! Komm mal her, ich werd nicht mal das... Ich weiß nicht, was passiert ist! Du hast A gedrückt! Und das ist teleportieren! Wow, Kaverne von Norrith! Norrith! Ja, da gehen wir nochmal rein! Norrith! Das ist ein A! Oh, cool! Jetzt haben wir wieder ein Himmelszeichen! Jut! Nämisch! Tschüss! Ich wollte das noch kaputt machen, aber... Wieso bin ich denn da hingekommen? Durch den Teleporter! Aber... Da kannst du A drücken und dann teleportierst du dich, ja! Okay! Jetzt lass mal hier rüber gehen! Wir haben ja da überall... Das ist ja immer eine Random-Karte, wir kommen da aber angeblich nicht, weil der Baum so... Uuuuuh! 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 Siehst du, weil die Zeit vergeht halt immer pro Karte. Deswegen sollte man sich auf den Karten auch immer gut umsehen. Hier erstmal... Erstmal hier wieder gucken, was er los ist. Mhm. Ja. Ja. Die Texte sind natürlich auch alle sehr lustig. Und ich finde auch die deutsche Übersetzung nicht schlecht! Ich hab... I didn't see that coming. Woher kam das denn? Ach, wir sind hier in der Gegner-Gegend. Ja, da ist überall Monster. Oh! Uuuuh! Alter, das ist doch richtig der übel... Mother... Fucker... Oh! Das riecht weggekrettet! Obst du klar? Ja, ja. Ja, klar. Das hat keinen Spaß mit mir. Oh, das ist eine Schlampe! Äh, Pflanze! Nisch gibt's hier! Tschüss! Die Spucken! Oh, dickes Geld! Voll gut! Ja, dann... Wir müssen halt immer gucken, vielleicht gibt's dann immer an solchen Orten manchmal auch Geheimnisse, wie das gerade eben der Fall war. Oder ein Hamburger. Hamburger sind sogar noch mal cooler als kein. Ja, also Gegengift finde ich auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, weil das Feuer und solche Sachen und das Gift... Also das Gift hat mich jetzt ja umgebracht gehabt. Sagen wir, das Gift war das letzte... Ein Donut! Nein! Also das Gift war das letzte, aber grundsätzlich... Das Gift war schuld! Ich würde schwer behaupten, dass das Gift schuld war. Also ich muss ja wieder meine Sachen ausrüsten. Also wir waren halt einfach scheiße und das Gift hat sein Übriges getan. Ist nicht wahr! Volle Kanone wahr! Ich glaube, ich habe gerade einen Donut gegessen. Zink mit! Hast du... Ach, da ist der Nächste! Guck mal, der hat mich wieder ausgeschieden! Naja, man macht's doch im Gras! Oh, Fugi! Da ist Bücher! Sticker! Können wir jetzt... Können wir jetzt genügend Geld für Sticker? Weil die geben ja krasses Verstärkungen und so einen Schüssel? Auf Aufkleber! Willkommen mit dem Aufkleberladen! Nein, das war ja nicht! Das war krank 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 Ähm, Aufkleber kaufen! Vorhin Elementarangriff mit erhöhtem Schaden Etherelementarangriff mit erhöhtem Schaden Giftschaden Schwertangriffskraft um 6% Nacht erleidest du 25% weniger Schaden Da war Giftwiderstand plus 32 Bei den anderen war das nur plus 7 und plus 9 Stimmt, der scheint richtig gut zu sein Ja, oder es ist vielleicht bei Gift so, dass du da generell... Ja, bei Widerstand Zusatz Lebensmittel stellen bei dir mehr Gesundheit wieder her... Sowas klingt halt gar nicht mal schlecht, ne? Eine Tüte Aufkleber! Bringen Sie zum Aufkleberladen Um zu sehen, was drin ist Wir können einfach mal eine Tüte Aufkleber kaufen Ich finde das lustig Top oder Top? Ja, richtig Oh mein Gott, das ist... Das ist... Bip, 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 bip Aufklebertüte öffnen! Los geht's! Tagsüber ladest du 25% weniger Schaden Ja, läuft! Dann schnapp dir das und setz die aufs Köpfchen. Ja. Hau rein, tschüss. Setz auf. Auf, lieber. Auf meinem Körper. Das ist ja Körper. Ich kann aber zu Kopf gerade nicht wechseln. Na gut, dann nicht. Ich sehe nicht, wie ich dazu wechsel. Mit den Pfeiltasten? Nein, da auch nicht. Dann nicht. Dann nicht. Vielleicht geht das nur, wenn ich gerade einen Aufkleber habe. Vielleicht sagt das Spiel... Vielleicht muss ich erst den Aufkleber auswählen und dann kann ich auswählen, wo das hin soll. Das kann sein. Hast du was? Ach, das ist schon wieder die Rille. Was ist so, dass Momos Turm nicht immer da war? Mein O-Großvater hat gesagt, dass er sich eines Tages einfach aus dem Boden erhoben hat. Ich dachte, das ist schon so über Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrhunderte. Wenn es ein Schwert gibt, was Mumu tötet, dann ist die ja auch für 100 Jahre weg. Ja, aber wenn es dann schon verschiedene 100 Jahre waren, wie kann sich der Urgroßvater dann ran erinnern? Okay, andererseits bestand eine ausgewogene Mahlzeit für ihn zu gleichen Teilen aus rotem und weißem Wein. Daher haben wir so eine Geschichte nie viel Beachtung geschenkt. So gut, ja, geltet für einen, für... Furky, die sind so süß. Ich will so einen als Blüschi. Oh, oh, der kommt einfach raus. Oh, sprich mich jetzt nicht an. Ich bin verdammt gerätzt. Denn Mensch, er hat mich doch glatt mein Lieblingsschon direkt von alleine geklaut. Das allein wäre ja nicht so wichtig, aber das Ding sah damit auch noch besser aus als ich. Das ist echt schade. Das ist ein sad life, Bro. Hui, gell. Nee, hier gibt's ja nichts. Gell, gell, gell. Will Donuts und Hamburger. Oder du quälst. Ha, meiner. Schwert, würdest du dir nachmittellosen Seelen... Wieso nuschelst du eigentlich immer so, wenn du jemanden sprichst? Du bist ja zu mir gerne, aber ich glaube, wenn... Du kriegst deine Brille nicht, du siehst das gar nicht. Natürlich, weil es ist so. Deswegen nuschelst du immer so geil, Leuchtstäbe. Ich nuschel überhaupt nicht. Ja, wie du nuschelst? Ich bin 100 Stunden im Büro und natürlich nuschle ich. Mein Mund ist müde. Aber du redest doch jetzt auch nochmal. Du weißt doch, dass es mal Leute gab, die mit Magie genauso gut umgehen konnten wie Momo Ätherweber. So nannte man sie. Ziemlich purziger Name, wenn du mich fragst. Aber ich schweife ab. Jedeen Fall. Geh weg! Martha! Und all das Wissen ging verloren. Eine Sanne nicht wahr? Wenn da jemand vormobile eigentlich die besiegen könnte, jetzt halt die Fresse! Ah! Das hat die Frau gesagt, nicht ich. Ja, also... Ich finde den Opa da voll gut. Äh, nee, zu dem wollen wir nicht. Nee, wir müssen jetzt da oben... Nach unten rechts? Unten rechts ist ein Fragezeichen. Okay, dann gehen wir da zum Fragezeichen. They see me rollen, they hate... Oh! Äh, zack. Aua! Aua! Kack! Ja, das geht nicht. Da ist ein Schleim davor. Scheiße. Wir können halt noch nach unten gehen und das Gebiet erkunden. Aber ich bin dafür, nach oben zu gehen, weil nachher verlieren wir so viel Zeit. War hier nicht noch irgendwo ein Haus? Da konnte man reingehen? Vielleicht finden wir da nochmal so ein Düppel. Links war ein Haus. Okay. Weil ich meine, da war ich bei... Nein, 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 nein! Nein! Aber hier war das Haus zum Reingehen. Nee, das war unser Haus. Oh, Keksack! Ein Keks, kross. Vielleicht, ja, dann... Oh, Leuchttab! Ja, gut, dann Büschel kaputt haben, oder was? Ja, ein bisschen Büschel noch kaputt haben. Oh, komm runter, jetzt Geld! Der schon wieder! So ein Anus! Keksack, 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 Keksack! Wuh! Ich bin so Keksack. Und da hat 56 Geld. Nee, nachher ist man dann wieder irgendwie... Ach, so Geld. Schwung, wie das? Wer tut denn immer ein Geld... Oh, mach mal. Wer tut denn da immer ein Geld rein? Ach, das ist unsere Magieanzeige da unten. Aber wir haben noch keine Markenbefehlheiten. Nee, wir haben nur... Na, weil wir Schwert sind, haben wir ein bisschen... Ja, wir können ja noch mehr coole Spielzeuge später kaufen. Alles klar, du bist... Auf was ich selbst besitze, ne? Ja, aber ich kann ja dodgen. Geil, Sushi! Warum macht der denn eine Krone? Ist das dann ein Rare-Mob? Ein Rara-Mob? Fühlt uns das... Fühlt uns nirgendswohin, aber... Nee, 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 wir machen ja einfach nur alles kaputt, weil wenn die Zeit noch vergeht... Greedy, Greedy, Greedy... Ja, dann sollten wir uns mal ein bisschen beeilen und, ähm... Ja, shit, das ist bestimmt schon hier Tag 5. Dann wären wir schon tot. Gar nicht. Drei Tage. Ja, aber bei Tag 3 sind wir nicht tot. Bei Tag 3 kommen wir nur zu Mumu. Oder wird Mumu uns, äh... Oh, hier, warte. Rottendorgen! Weg, Nassi! Mit Leuchtstäbchen, ne? Bis die alle ihre Leuchtstäbe überall verschlugern. So, lass mal gucken. Dann kacken wir jetzt auch auf alles andere, dann gehen wir jetzt einfach hier hoch. Yes, ma'am! Auf geht's! Ich will jetzt mal Action sehen. Aber da ist schon wieder so ein Sprengen. Wahrscheinlich, äh, einfach nur... Hat der, hat der einfach nur ne Krone, weil der höher levelig ist, level hat. Nee, vorhin war ja auch ein Level 2, ja, da hat er... Hatte! Oh, das ist ein großer Ratte. Oh, da hat er viel Geld. Siehst du, die ist zum Beispiel Level 3 und... Hatte es nicht. Hatte es eben nicht. Deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie Monster mit etwas Besonderem sind. Hm, I see. No! Oh, halt hier oben! Uiuiuiuiuiui! Spannend! Vorsicht, Vorsicht, ich schieß! Oh, Kätzchen! Lesen! Grotte beim Lichterblick. Aber da rechts ist auch noch was. Ja, wir gehen aber jetzt... Oh, hier wird Lesen belohnt. Wir gehen jetzt mal rein. Ich will jetzt wissen, was das für ein Kätzchenland ist. Das beste Land auf der ganzen Welt. Oh mein Gott! Das ist das beste Land auf der ganzen Welt! Das ist ein großer... Hallo, Muschi! Schnorchel! Oh! Willst du den sprechen? Ist das ein Herr? Ja, ne? Ja, Herr Schnorchel. Hallöchel! Willkommen im Kaffanier am Gartes-Kuriositäten-Kabinett! Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen und ich habe ein paar Sachen nicht zu verkaufen. Es geht dabei um Gleichgewicht. Verstehst du? Mh, 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 Mh! Hallöchel! Willst du dir meine Sache ein Problemchen? Ich bin mir nicht sicher, wo mein ganze Zeug hin ist. Hätte ich überhaupt mal welches? Mh, 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 Mh. Ein ganz schön, die ist sie nicht gefragt. Aber ja, wenn du später wiederkommen willst, hätte ich dir was zeigen. Würde ich doch nicht zu zwungen, okay? Okay, das heißt also, das ist ab und an mal... Bis bald mal wieder! Tschüss! Bedeutet, hier gibt es ab und an mal was? Aber es sieht halt auch aus wie ein Schweizer Kild.